Hallo und herzlich Willkommen zu Falten mit Yvonne. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einem Geldschein einen Stuhl faltet. Z.B. er ist Geschenk zum Einzug. Anleitungen für die restlichen Möbel sind in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ich verwende heute einen 20-Euro-Schein. Diese Faltung funktioniert aber auch mit allen anderen EU-Scheinen. Los geht's! Falte deinen Schein zusammen. Falte deinen Schein noch einmal zusammen. und ziehe diese Faltkante ganz fest. Öffne die Faltung wieder. Falte diese äußere Kante zur Mittellinie hin. Öffne diese Faltkante zur Mittellinie hin. Falte diese Faltkante zur Mittellinie hin. Eine der beiden Seiten lässt du geschlossen. Falte diese Faltkante nicht wieder auf. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, es ist am besten, wenn diese offene Seite deines Scheines ist. Falte diese Faltkante zur Mittellinie hin. Gehe an die Seite, die nicht doppelt ist. Schlage den Schein hier rüber. Öffne ein Dreieck. Falte dieses Dreieck nach unten. Falte diese Ecke zu dieser Linie hin. Öffne diese Ecke wieder. Dann richtig feststreifen. Das selbe mit der anderen Seite. Oder du klappst diese Ecke auf und drückst diese Lasche hier oben nach unten. Das selbe mit der anderen Seite. Das selbe mit der anderen Seite. Das selbe mit der Sitzfläche. Lass diese unten. Falte die Außenkanten des Stuhls schon einmal um. Falte die Ecke in die Richtung. Ganz fest ziehen. Drücke die Ecke mit dem Fingernagel, damit die Ecke gut fest ist. Und auch auf der anderen Seite richtig gut umfalten. Falte die Ecke wieder auf. Dann weißt du den Stuhl schon mal, welche Richtung der Weg geht. Falte die Ecke nochmal auf. Falte die Ecke oben herum. Das selbe mit der anderen Seite. Das selbe mit der anderen Seite. Falte die Ecke in der anderen Seite. Das selbe mit der anderen Seite. Falte die Ecke nach unten. Falte die Ecke nach unten. Falte das selben falten. Falte die Ecke in der anderen Seite. Falte die Ecke nach unten. Und dann noch mal gut festdrücken. Die Ecken quasi schön noch mal ranfalten und schon hast du aus einem Geldschein einen Stuhl gefaltet. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon Einkauf doch einfach über meinen Partner-Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst. Denk immer daran, Geld ist das einzige Geschenk, das man problemlos umtauschen kann. Bis zum nächsten Mal.